Trockene Augen können wirklich eine echte Qual sein. Aber auch die Bindehautentzündung oder auch in Gerstenkorn machen das Leben wirklich nicht viel leichter. Was du dagegen tun kannst und was dir hilft, das erzählen wir dir in diesem Video. Bleib dran und schau mal. Hallo, herzlich willkommen hier bei unserem Video auf dem Medias Apotheken YouTube-Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielleicht schaltest du deswegen irgendwie ein, weil irgendwas an deinen Augen irgendwie nicht so ist, wie es sein sollte. Dich quälen vielleicht gerade irgendwie trockene Augen oder du leidest irgendwie gerade akut unter einer Bindehautentzündung oder ein wirklich fieser Gerstenkorn. Der quält dich. Neben mir sitzt meine wundervolle Kollegin, die Andrea, die nämlich Apothekerin ist. Und die hat wirklich wertvolle Tipps, was man irgendwie tun kann, wenn eins dieser drei Dinge dich gerade irgendwie doll quält. Liebe Andrea, schön, dass du da bist. Danke, dass ich kommen durfte. Unbedingt, denn wir haben ja ein wirklich tolles Thema, wo du, glaube ich, gerade in der Apotheke sagst, das hast du immer mal wieder. Ja, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und warum kommen die Patienten und Patientinnen zu dir? Was quält sie? Ja, ich bin Andrea Zeidler. Ich arbeite seit mehreren Jahren für die Medias Apotheke vorrangig im Verkauf. Und wir haben halt darüber gesprochen, was kommt so mit am häufigsten vor. Und deswegen sind wir eben auf die Augenerkrankungen, die er da jetzt schon erwähnt hat, gekommen. Vor allem wahrscheinlich irgendwie gerade am Wochenende. Ja, kommt immer wieder, wie da jemand sagt, ich glaube, ich habe eine Bindehautentzündung. Lassen Sie aber vielleicht erst mal starten mit dem trockenen Auge. Wieso das trockene Auge? Was ist da akut sozusagen im Auge irgendwie los? Was ist die Ursache und was sind die Symptome? Was kann man dann dagegen tun, wenn man darunter leidet? Gut. Also Fakt ist, dass sich einfach die Zahlen extrem erhöht haben. Ja, verdreifacht sagt man, es gibt so ein besonderes Syndrom, das nennt sich Sika-Syndrom. Und das ist halt einfach, dass zu wenig Tränenflüssigkeit da ist. Die Augen jucken, brennen und gerötet sind. Das hat sich so vermehrt, weil wir einfach zu viel am PC sitzen. Und da durch dieses häufige Blinzeln natürlich das Auge viel mehr belastet ist. Aber es kann auch eine Begleiterscheinung sein bei Erkrankungen wie Diabetes, Schilddrüse oder halt auch bei Hauterkrankungen. Und was würde man jetzt tun, um das Auge einfach dann zu befeuchten oder um es zu schonen? Du hast ja gerade gesagt, PC-Tätigkeiten. Würde es irgendwie helfen, dann einfach mal in die Weite zu schauen? Oder was kann man irgendwie tun, damit das alles wieder ein bisschen mehr im Flow ist? Im Fluss? Im Fluss, nicht im Flow. Im Flow auch, aber im Fluss trifft es, glaube ich, in dem Thema besser. Klar, als allererstes halt wirklich mal weg vom PC. Die Klimaanlage, die in der Nähe ist, ausschalten und ordentlich den Raum durchlüften, an dem man eben arbeitet. Und auch raufmeiden. Schlaf hilft immer gut, um einfach wirklich die Augen zu entspannen. Aber wir können es halt nicht vermeiden. Denn unsere Gesellschaft hat sich verändert und unsere Arbeit hat sich verändert und wir sitzen halt viel am PC. Und dafür gibt es halt mittlerweile sehr viele verschiedenste Wirkstoffe. Huvidun, Cabomer, Hybromelose oder auch Hyaluronsäure, die halt helfen, um so eine Tränenflüssigkeit zu ersetzen. Man nennt es einfach künstliche Tränen. Manchmal sind sie auch versetzt noch mit Dexpanthenol, was man aus der Wundheilung kennt, weil das sehr gut Wasser bindet und halt eben auch beruhigend wirkt. Ich empfehle da gerne Stoff oder Produkte, die keine Konservierungsstoffe enthalten. Bin selber sogar, auch wenn es jetzt umwelttechnisch nicht so perfekt ist, großer Fan von diesen Einzelampulen. Weil wenn man es nicht zu häufig braucht, dann kann man mal hier einen ins Portemonnaie, da einen in die Hosentasche und dann kann man die auch nochmal für 24 Stunden verschließen. Und kann die an dem Tag, wo man sie braucht, halt einfach tröpfchenweise nehmen und dann nochmal kurz wieder verschließen und in die Tasche tun. Wichtig ist halt einfach, dass man für sich das richtige Mittel findet. Das ist auch für uns in der Apotheke nicht so leicht. Jeder hat so seine Favoriten. Was aber auch ganz gut immer funktioniert, ist ein Litranspray. Und zwar ist das einfach so ein kleines Fläschchen, was man sich direkt von außen auf die Augen aufträgt und das wirkt so herrlich beruhigend. Und das reicht allein manchmal schon aus, um die Trösenfunktion, wie am Litrand, wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Da kann man auch mal herrlich Kompressen machen, einfach mit so sterilen Tüchern, die es auch in der Apotheke zu kaufen gibt. Oder ganz schlicht und ergreifend mit schwarzem Tee. Da muss man aber so ein bisschen aufpassen. Da gibt es so zwei Kriterien, die man beachten muss. Man muss ihn ordentlich aufbrühen, damit die Keime abgetötet werden und darf sie natürlich nicht zu heiß aufs Auge legen, damit man sich nicht verbrennt, wenn einem das zu viel Arbeit ist. Wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, in der Apotheke Wege zu finden. Sehr gut. Das waren hier schon mal wertvolle Tipps, was zu tun ist gegen trockene Augen. Schwenken wir mal zu diesem anderen wirklich Klassiker unter den Augenerkrankungen, nämlich die Binderhautentzündung. Irgendwie als Laie, du wachst morgens auf, deine Augen sind verklebt. Jetzt würde ich dich einfach so wahnsinnig gerne mal fragen, wie kann man denn sofort rausfinden, okay, A, das ist hier eine Binderhautentzündung und B, wie ist das, muss man dann tatsächlich sofort zum Arzt gehen damit? Es ist ja ansteckend und Finger weg vor den Augen. Oder reicht es schon, in die Apotheke zu gehen und sich entsprechend Medikamenten zu versorgen? Kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel noch mal bringen? Ich kann halt Ratschläge geben und zwar ist es halt so ein bisschen, dass man erstmal unterscheiden muss. Ist das Auge erstmal nur leicht gerötet oder es läuft schon ein dickflüssiges Regret raus, was halt so verklebt die Augen, wie du das beschrieben hast. Also ist es erstmal nur diese Rötung, diese Schwellung, der leichte Juckreiz oder halt dieses Fremdkörpergefühl, gibt es verschiedene Wirkstoffe? Also zum Beispiel bin ich persönlich Fan von Euphrasia. Euphrasia ist eine Pflanze und die nennt sich im Deutschen Augentrost und beschreibt genau das, was sie halt macht, das Auge beruhigen. Und das gibt es halt in Tropfenform mit versetzt, auch mit so künstlichen Tränenflüssigkeit kombiniert. Das empfehle ich sehr gerne. Aber man kann natürlich auch, wenn man so ein akutes Fremdkörpergefühl, also man hat das Gefühl halt immer, wenn man blinzelt, ist irgendwas im Auge, gibt es auch Salicylsäure, die man sehr gut verwenden kann. Oder auch Dexpanthenol wieder in höherer Konzentration wäre eine Möglichkeit, weil das so beruhigend wirkt. Viele nehmen auch gerne ein Alpha-Sympathomimeticum, wie Nafazolin. Das gibt es auch als kleines Fläschchen oder in einzelnen Ampullen. Das mögen die Leute sehr gerne, weil es so ein bisschen kaschiert, wenn man mal ein bisschen zu viel gefeiert hat am Abend. Und es hat so, die roten Augen gehen halt super davon weg. Hat aber den Nachteil, dass man es nicht länger anwenden soll. Dass man es halt wirklich nicht fünf Tage am Stück oder nur fünf Tage am Stück, also nicht deutlich länger nimmt, weil es sonst einfach zu einer schlechteren Durchblutung der Binderhaut kommen kann. Und dann kann es sich verschlimmern. Dann kann es nämlich dazu kommen, dass es halt vereitert wird und verklebt. Also dieses Furchtbare, dass man die Augen kaum aufgibt und die Wimpern kaum auseinandert. Das ist ja so unangenehm da dran. Da kann man auch wieder super mit so warmen Kompressen arbeiten oder halt eben auch mit diesen Reinigungstüchern. Wie gesagt, Finger weg, bei es ansteckend ist, ordentlich die Hände danach waschen. Und man kann auch mit Kalendula-Augentropfen arbeiten. Aber dann, wenn es alles länger als zwei, drei Tage dauert, empfehle ich schon immer gern den Weg zum Arzt. Und weil dann einfach ein Antibiotikum nötig ist. Und da ist es dann auch so, dass ich gerne kleine einzelne Ampullen, nicht mehr als fünf, damit ich die Patienten und Patientinnen zwinge, nochmal zum Arzt zu gehen. Super. Damit hast du ja auch wirklich nochmal genau erklärt. Da sind Unterschiede zwischen dem ersten Stadium, wenn es erstmal rot ist, und dem fortgeschrittenen Stadium, wenn dann wirklich der Eiter... Wenn die Wimpern nicht mehr aufgehen. Wenn die Wimpern nicht mehr aufgehen, genau. Und vielleicht auch nicht mehr aufgehen können, weil man zu viel gefeiert hat. Ich hatte vorhin angekündigt, wir haben drei Sachen. Das dritte ist der Gerstenkorn. Der kommt ja immer dann, wenn man ihn so gar nicht irgendwie braucht. Das sind ja... Das haben diese Dinger immer so grundsätzlich, glaube ich, irgendwie an sich irgendwie so. Und sie beeinträchtigen extrem irgendwie das Sehvermögen. Was ist da los? Warum hat man einen Gerstenkorn? Woher kommt der? Das ist halt eine Entzündung im Dietrand. Und da bildet sich so ein ganz kleiner, schmerzhafter Knoten, der sich verstirbt. Und der natürlich das ganze Auge, erstmal nur das Lid und dann schlimmstenfalls das ganze Auge eben anschwellen lässt. Und dieser Eiter, der sich da halt eben auch bildet durch die Bakterien, die sich da ansammeln, löst halt ein unangenehmes Spannungsgefühl aus. Und natürlich ist es auch... Das ist jetzt der typische Fall, die Sonnenbrille rauszuholen, auch im Winter. Da empfehle ich gerne Salben mit Vitamin A, weil das auch nochmal die Tränenflüssigkeit anregt. Auch mein Augentrost wieder gibt es auch als Salbe. Oder es gibt so einen desinfizierenden Wirkstoff, der nennt sich Biprokathol, den man sehr gut dafür verwenden kann. Aber auch da sind mir dann so ein bisschen die Hände gebunden. Und letztendlich, wenn es länger als zwei, drei Tage dauert und sich das Stadium gar nicht verändert, empfehle ich auch den Weg zum Arzt. Nun, es ist aber so, dass viele sagen, ja, einen Termin beim Augenarzt kriege ich in 100 Jahren nicht. Ich verstehe das Thema und bin umso froher, dass es mittlerweile diese medizinischen Online-Dienste gibt, an die man sich wenden kann, wo man online einfach via Mail oder halt auch Handy-Telefonie einen Arzt am anderen Ende hat, wo man dann einfach recht schnell mittlerweile dann das nötige Medikament an die Apotheke oder das Rezept, das benötigste Rezept an die Apotheke schicken kann. Und da gibt es ganz tolle Online-Dienste, die kann ich in dem Fall wirklich empfehlen. Haben wir jetzt das eine oder andere Mal ausprobiert, weil ich stamme ja aus der Apotheke, die halt jeden Tag bis Mitternacht geöffnet hat. Und wie du schon eingangs gesagt hast, diese Themen kommen vorrangig am Wochenende, wenn man gar keine Zeit hat, damit gar nicht rechnet. Und natürlich die Ärzte halt sagen, Bindehautentzündung ist jetzt nicht die oberste Priorität, um ins Krankenhaus gehen zu sein. Na klar. Und trotzdem aber extrem unangenehm, schmerzhaft und muss auch einfach behandelt werden, weil es ansteckend ist irgendwie, zumindest bei der Bindehautentzündung. Weil es ansteckend ist und weil man natürlich weitere Erkrankungen verhindern sollte, so dass da nochmal rübergeschaut werden sollte. Na klar. Damit haben wir einfach mal diese drei häufigsten Augenerkrankungen versucht, in einem Überblick dir zu erläutern, dir Tipps an die Hand zu geben, was du tun kannst, wenn die Bindehautentzündung, trockenes Arbe oder auch der Gerstenkorn dich quälen. Schau dich nicht, geh in die Apotheke deines Vertrauens und lass dich dort auf jeden Fall beraten. Wir sind gerne für dich da. Und wir freuen uns total, wenn du vielleicht einen Kommentar darlassen könntest, weil du vielleicht selber noch irgendeinen guten Tipp hast, den du uns irgendwie gerne mitteilen möchtest oder der Community irgendwie mitteilen möchtest. Dann freuen wir uns sehr. Wenn du Fragen hast, schreib die auch irgendwie gerne in die Kommentare. Die werden wir dann an dich gerne weiterleiten, lieber Andrea, um uns irgendwie dann die Antworten entsprechend mit reinschreiben zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Like. Natürlich immer. Wir freuen uns auch sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst, denn irgendwie hier bei uns auf unserem YouTube-Kanal geht es uns. Und wir freuen uns nämlich darum, dir unsere Apotheke zu zeigen. Das Innen, das Draußen, hinter der Kulisse, alle unsere Kollegen. Und genau, freuen uns irgendwie, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.